Frau Kaiser, die Kollegen haben auf dem Campingplatz eine Leiche gefunden. Kommen Sie mal in mein Büro? Beide? Waren Sie bei der Witwer? Ja, ja, ich hab's dir gesagt, also schonend. Gut, haben wir ein Motiv? Ja, es gibt so Drohbriefe von einem Tierschützer. Na gut, damit können wir schon irgendwie arbeiten. Wo ist eigentlich Herr Gilbert? Der besorgt mit dem Riedl einen neuen Grill. Was war nach einem alten Verkehr? Der war nur gut für Würstchen. Ja, nur für Würstchen. Naja, solange hier noch weiter gearbeitet wird.